Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von... Es gibt so eine Nebenhandlung, aber da habe ich noch keine. Okay, zu Feuernblumen 3, Sweet Houses. Wir hatten im letzten Teil den abtrünnigen Bruder fertig gemacht. Und jetzt machen wir mit der Geschichte weiter. Es kommt auf jeden Fall jetzt eine Cutscene, darum habe ich auch schon vorher beendet. Und darum sind wir jetzt hier auch noch im Ladebildschirm, weil ich mir gedacht habe, hey, ne, weil und so. Ähm, ja. Gucken wir uns die Katzchen an. Ab sofort sind optionale Kämpfe verfügbar, ja, das weiß ich ja. Ich habe keine Ahnung. Oh, das war nicht so gut, das war nett. Ja, das war nicht so gut. Natürlich. Wir kommen uns mal, Leute. Was für ein Black Beast war nichts außerhalb von der Götter von der Götter. Götter für jemanden arrogant und schuldig genug zu benutzen, um ein Relikt zu einem Helik des Helik, obwohl sie nicht wertvoll sind und nicht qualifizierten. Wenn jemand ohne eine Krest war die Relikt, die du besonderst, würde sie wahrscheinlich auch gleich sehen, wie Maglone. Du, aber du hast, du hast entschieden. Du bist wertvoll von der Worte des Kreatur. Ich hab's auch mal nachfragen, ne? Mach ich! Weißt du, wir haben jetzt solche Mission mitgeben? Das war's schon mal, Professor? Ich habe nur noch etwas gedacht. Professor... Die Beobachtung von Relen und Kresten hat sich sehr wert in Fargus, seit den alten Zeiten. Es ist weit von unmöglich, jemand zu verlieren, ihre Möglichkeit zu führen, ihre Haus zu führen, weil sie keine Kresten haben. Juste wie Miklon. Das passiert mir auch an meinem Papa. Das Kind des König der König. Und zwar hat er niemals auf den Kronen gewonnen. Alle Familien, die Blutlinien tragen die Kresten der 10 Eliten, sind die gleiche. Aber Haus Gautier nimmt es ein Schritt weiter und absolut braucht einen Heir, der eine Krest hat. Zu diesem Haus, die Kraft der Kresten ist eine Necessität, nicht ein Lüge. Haus Gautier hält das größte Norden territory in der Königinie und sie haben mit den Menschen in den Norden gearbeitet für viele Jahre. Die Hauptstadt dieser Haus ist responsible für das Territory von gefährlichen Inverteidern, die sie mit dem Kraft von Kresten und Relikern behalten. In exchange für diese Verantwortung, sie sind spezielle Privilegien in der Königinie. Ich glaube das gleiche. Die Künstler kann nicht durch die Kresten einzigartig sein. Ich glaube, dass Margrave Gautier falsch war, um den Miklern zu verlieren. Nur weil er nicht eine Kresten hat. Aber es gibt immer eine Grund, warum solche Künstler sind die Zeit. Imagine, was dieser Welt wäre, wenn niemand in Kresten gelegt hätte. Die Blutlinien, die Kresten bräuchten würden. Die Metaforische Bühne, die benutzt, um die Gefahr zu verhindern. Das gleiche Argument wurde immer wieder in den Jahren gemacht. Die beiden Seiten sind richtig und falsch. Ich glaube, dass die mit Kresten und die ohne Künstler müssen die anderen Fähigkeiten erinnern. Und lerne, dass sie uns zu retten, aufgrund der persönlichen Verhältnisse zu verhindern. Und das geht nicht nur an Kresten. Das gleiche gilt für die Linie, die Räste, die Hoffnung, die Ideologien. Wenn wir uns einfach nur akzeptieren, und wir machen mutuellen Konzessionen, einen Schritt auf jeden Fall... Vielleicht... Wer weiß, ob das überhaupt möglich ist. Jeder hat etwas, was in ihnen nicht acceptable ist. Ach, wie süß. Die Metri ist ein Utopist. Ach, wie niedlich. Herr Professor, Sie haben gut gemacht, um zu beurteilen, eine schwierige Aufgabe zu beurteilen. Sie haben sehr gewaltt, die Sie in den Studien zu beurteilen. Ich bin immer noch nicht dankbar für den sichersten Rückkehr des Helikos. Wie ich erwähnte, Sie haben die Schwung des Kreaturen gewonnen. Jetzt, dann, ich werde Ihnen erzählen über Ihre Mission für die kommende Monate. Reha, Archbishop! Satis, was Sie beschäftigt? Nö. Ach, die wird schon wieder auftauchen. Kein Ding. Die wird schon wieder auftauchen. Natürlich, wir speichern ab. Wir speichern. Weiße Wolken. Monat der Bogenspitze. Weiße Wolken. Weiße Wolken. Weiße Wolken. Weiße Wolken. The women spend their days reaping the golden fields. Greatly embracing the bounty the goddess has once again provided. The men venture into the wilds with horsebows and empty sacks ready to be filled with game. Okay. Da bin ich immer gespannt. Aber ich denke nicht, dass Flane irgendwo hin ist. Ich denke mal ja... Die wird schon wieder auftauchen. Oder wir finden ihre Leiche. Eins von beiden. Mwahaha. Fünf tausend. Yeah. Ich bin eine Witch. Wie ich glaube, Sie sind bereits aware, Sedith's junge Frau Flayne ist weggegangen. Im Moment, all we know for certain ist, dass sie nicht Gehrig Mock hat. Flayne ist nicht der typische Person, die einfach auf sich selbst wandern, ohne mich zu erzählen, wo sie geht. Wir haben nach dem Monastery thoroughly searched, aber wir haben nichts gefunden. Ich bin jetzt mobilisiert die Knights, um zu suchen die Stadt. Die Schmerzen sind schmerzen, die sich jetzt zu schmerzen. Ich will nicht die Schmerzen, aber... Es gibt Schmerzen von jemandem, die Städte und die Angelegenheit, nach Nacht nach Nacht. Die Knights haben die Sache geschehen. Sie haben nicht herausgefunden, keine Schmerzen, oder haben sie gefunden, eine konkrete Beweise. Die Leute sind schmerzen. Sie alle sagen, dass jemand der Death Knight der Geist kommt, um ihre Säule zu retten. Es gibt keine Chance, dass sie ohne Entschuldigung hätte, wenn sie so geholfen war. Wo ist sie? Seteth, erinnern Sie, dass die Impatience begets Error ist. Bitte, mach dein Bestes, um sich zu entschuldigen. Ich denke, deine Frau als Familie, auch. Du kennst das. Du hast meine Unterstützung. We will devote ourselves fully, mind, body and soul to recovery her. Professor, your mission for this month is to help find Flame. Äh, ich jetzt? So I ask that you focus your efforts on searching the monastery again. We do not have time to waste. You have your orders. Ja, klar. Könnte ihn. Flame has disappeared? Seteth must be beside himself. So, finding little Flame is our mission for this moon? Leave it to me, Professor. Chasing after girls is my specialty. So, Lane. Even you must agree that now isn't the time for jokes. I hope Flame is okay. I've heard rumors about some Death Knight running around town. Sounds intriguing. I have been hoping to cross blades with him. Felix! Please consider how Sedeth must be feeling right now. In any case, we must start our search at once. Every moment matters. On your order, Professor, let's try to collect as much information as we can. I'm on the lookout for suspicious individuals. The only place I've yet to check is the library. As you wish. And who is that? No. It isn't. Impossible. Impossible. Ich will's auch sehen! Hm. What are you up to at this hour? Your highness. My apologies. Oh, none necessary. I'm sorry for startling you. I was just doing some research. But I'm just about finished. I didn't realize how late it had gotten. We'd better head back to our quarters to do. Until tomorrow, Professor. A most unusual man. Whatever could he have been looking for so late at night? Hm? That book is quite askew. He must have rushed to put it back upon the shelf. It seems to be a record of donations from nobility. Arendelle. That's not a name I know. But look at that. This Arendelle gave quite a sum each year. That is, until the year 1174. He must have died or fallen to financial woe. Um... Hmm.. I can't imagine what this has to do with flame. I can't imagine what this has to do with flame. I come not to do anything to do. Petra hat Geburtstag! Blumen geben. Also ich darf das nicht machen. Keiner von denen hat... Ich brauche nur ein Oberstufensiegel. Mercedes! Mercedes kann aufsteigen. Aber natürlich. Vernunft. Sie wird Priesterin. Ihr Glaube ist stark genug. Ich bin so glücklich, dass ich fuß. Ja, dann ziehe ich mich das Kloß erkunden. Ich möchte auch erstmal meinen Charakter umkleiden. Mal klassisch oder individuell. Hallo, Anni, Annette. Schön, dass du da bist. Ich glaube, ich bleibe bei klassisch. So. Oh mein Gott. Ui, ui, ui. Ah, das ist ein Teller, munherzig gerade. Ah, wie cool. Gibt zwei Studenten, zwei Kräuter. Kein Ding. Oh, jetzt muss ich aber was mal überlegen. Süßer Äpfel-Tee. Ich hoffe, du bist auf für ein Challenge. Überbringe den Brief. Es steht keine Adresse drauf, aber du kennst nur einen, der immer sein Bestes gibt und nicht gerade offen mit seinen Gefühlen umgeht, aber im Kern eigentlich sehr liebenswert ist. Okay. Machen wir das. Hallo, Mina. Schön, dass du da bist. Jeder Handschuh. Flane ist verschwunden. Was kannst du? Okay. Ähm, verlorenes Item. Wer hat auch seine Rüstung trägt. Hey, Max. Verloren ist. Eine Branche mit dem Symbol der Opernkompanie. Ah, haha. Ähm, Parfümflasche. Hey, Eule. Wie geht's dir? Der Wert auf seine Rüstung legt. Boah, ich hab keine Ahnung. Halt, ich muss vorher noch bei den Adlern rein. Ich hab Edelgard gefunden. Hat jetzt jeder die Aufgabe gekriegt, oder was? Was sagt denn die Pinnwand? Huh. Positiv denken. Mir geht's ganz gut. Was hast du dir gekauft? Eigentlich ging's doch. Nee. Ist irgendwie nur ein... Toll, jetzt haben die mich irgendwo hin geportet. Wo ich natürlich mal wieder null Ahnung hab. So, ich möchte ganz gern da hin. Hier sind 10.000 Sachen. Nicht jedem fällt es leicht, sich sofort an das Leben hier an das Kloster zu gewinnen. Aber das mach ich doch gerade. Oh, Mettbrötchen ist nicht schlecht. Hast du den Test gemacht? Verlorenes Item. Ich glaub, die Gartenschere gehört für ein anderes. Jetzt wisch' aber trotzdem noch da hin. Okay. Okay. Du hast doch bestimmt Gartenschere. Yes! Ich wusste es. Wer hat auf seine Rüstung... Ja, du hast... Ja, du hast... Magst du die? Ah, du bist ja der Wert auf seine... Dings legt. Ich weiß immer noch nicht, wer den Donnerbrand kriegt. Der gerne trainiert. Ja, lol, ey. Hast du mal das ganze Ding hier... Fett gemacht. Der gern trainiert. Leonie? Aber... Da müssen wir gleich mal gucken. Ich hätte auch gedacht, Felix. Aber ich glaub, Felix hat sich das schon mal gegeben. Was war das andere? Sauberer Verband. Ein Benutzer, aber sauberer Verband gehört vermutlich jemandem, der sich vor dem Training drücken wollte. Das könnte Hilda sein. Süßigkeiten. Das ist Bernadette. Das kann ich jetzt schon sagen. Die Birney, die liebt doch Süßigkeiten. Hilda! Ah, nee, Hilda habe ich das schon. Das ist die Kern vom... Ah, Hilda könnte bestimmt noch ein zweites. Ha! Lol. Lol, 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 lol. Wo laufen wir lang? Runter. Mal grad runter. Ach, Lorenz, ey. Bernie mag Teddies. Ich glaub, die mag auch Süßigkeiten. Die futtert doch mal heimlich Kuchen in ihrem Dings. Wir versuchen's bei Annette und... Wir versuchen's bei Annette und Bernadette. Wen ich als erstes finde. Gehen wir mal da hin. Bernie, du süße kleine Zuckerpuppe. Komm mal raus. Ich hab da was für dich. Vielleicht können wir sie so rauslocken. In sein Zimmer bleibt nett. Ja, mach auf. Oh! Sie macht echt auf. Wo steht denn Bernadette? Ah, da ist ein Teddy. Ich hab keine Ahnung. Aber ich hab zwei mögliche Sachen für dich. Okay. Ihr Strubbel, ha? Wo ist vielleicht... Ich hab keine Ahnung. Hey, der. Geburtskräuter. Die können wir dann gleich Dings geben. Ja, natürlich gärten. Und wir... Wir ernten. Was zu ernten geht. Pflanzen. Ich hab so viel Kram davon, ne? Ja. Ach so, meinst gar nicht mich. Okay. Eine teuer aussehende Altbacken, eine Klammer gehört vermutlich jemand, der nicht mit der Mode geht. Könnte ja jeder sein. Ähm... Okay, ich hab's begriffen. Du trainierst nicht so gerne. Du bist auch nicht der, bei dem ich eine gute Fortbildung brauch. Okay, dann gehen wir erstmal in den Essenssaal. Du bist ja falsch. Ich muss hier rein. Die Pinnwand. Ach, hier, Felix. Du bist für Flayne. Du bist für Flayne. Ich kann nicht sagen, was ich sicher sagen. Aber ich habe eine Begründung über Yuritsa. Es gibt etwas über wie er sich hält seinen Bladen in der Zeit. Es scheint mehr... Impulsiv als normal. Es kann nicht so schwer versuchen, mit ihm zu sprechen. Aber in dieser Zeit, ich glaube, dass du ihn sparschst mit Catherine in den Training grounds. Ich weiß nichts... habe ich auch was trainingsgewichte krafttraining reitstiefel es war nicht das also felix ist schon mal nicht natürlich findet das stadt oh mein gott das kinder dankeschön für einen weg ich habe das gar nicht mitgekriegt wo war man alert jetzt funktioniert der alert schon wieder nicht die scheffkirche ach komm übertreib mich Echt? Das wäre aber blöd. Ich habe aber ein Geschenk für dich. Für dich ist doch bestimmt das richtig geil. Ja, ich weiß. Ich bin so nice. Es ist halt wieder das Jagdfest. Ich hätte ganz gerne... Okay, Petra hat da überhaupt keinen Bock drauf. Hm. Petra. Bunte Gemüsepfanne. Die holen wir uns Dorothea und Petra ran. Ich werde bei Petra noch ein bisschen aufsteigen. Oh, ich habe schon lange... Das sieht schon gut aus. Gemüsepfanne ist gut. Okay. Hallo, Ferdi. Jemand, der nicht mit der Zeit geht, in der Mode. Hast du irgendwie... Ich frage ja nur. Meine Fresse. Du gehst doch bestimmt gern reiten. Die sehe ich immer bei den Boots. Besser ist das. Obwohl, habe ich irgendwas für dich, was ich dir schenken könnte? Oh, Tierfreunde. Kunst. Das können wir dem Händler geben. Oh, wir könnten Birney ein Geschenk geben. Moment. Birney? Warte mal, Tür auf. Oh, Brasse. Birney mag doch bestimmt den Teddy. Versuch mal die blauherrige Marianne. Birney mag doch bestimmt den Teddy haben. Mit Rüstung. Wenn du sagst, sie mag Teddies, dann mag die bestimmt den Stoffbären mit Rüstung. Ha! Sehr schön. Weniger Shit bei uns. Dann gehen wir erst mal dahin. Du könntest eventuell... Nee, das nicht. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Ich wollte ein verlorenes Item. Entschuldigung. Bitte, bitte. Verkaufen! Meika. Ich habe sehr viel Kram. Stahlanze, Panzerbrecher. Wieso hat der denn überhaupt sowas? Der fummelt doch die ganze Zeit nur mit der Dings rum. Der Stahlbogen kann weg. Ich brauche noch einen neuen Bogen für den. Oh. Trefferring. Kannst behalten. Kaufen. Und zwar brauchst du noch... Wo ist er denn? Der Ash. Der Ash braucht noch einen neuen Bogen. Eisenbogen. Äh... Kit. 35. 385. Immer wieder. Kein Ding. Wie läuft's? Natürlich. Ah, siehst du hier? Doch, die mag auch, glaube ich. Questanzeigen. Aber ich habe es doch schon. Zicke. Moment, kann ich bei dir eine Fotografen machen? Nee, du hast das auch nicht. Nicht das, was ich suche. Was hast du denn? Irgendwelche Samen. Ach du Gott. Kaffee wohnen. Yeah. Was hast du? Insektenlarven, Köder, TTTT? Ich habe so viel. Okay. Okay. Ach du, Ölenfehler. Ach du schon wieder. Bist du nervös? Ich will noch reiten. Ich gehe nochmal zu Keswin. Was hast du reiten? Ach, warum hat denn gerade keiner reiten von euch? Ich will doch nur reiten. Was ist da oben? Dann gehen wir mal da hin. Wer ist wo? Strenggläubige. Das könnte auch wieder Marianne sein. Aber wer geht denn nicht mit der Zeit, mit der Mode? Die tragen alle das Gleiche. Ich hätte... Ich hätte... Ist hier in Ordnung? Moment. Moment. Okay. Du bist der mit dem Donnerbrand? Und ich gebe dir gleich links und rechts eine, mein Freund. Ich habe das Ding schon so lange mit mir jetzt rumgetragen. Und dann sowas. Nicht jetzt. Ich habe es begriffen. Du bist nicht so religiös. So, da habe ich, da habe ich, da habe ich. Ich bin da unten. Nehme mal zu dem. Langsam schließt sich der Kreis. Wirklich, du willst jetzt echt einen meiner Studenten hier anpfeifen? Willst du dir das wirklich antun? Den Putzen schwerfällt. Also, Hilda? Wer noch von den Studenten putzt, gerne. Nicht mehr ich putze, gerne. Dankeschön. Jetzt kann ich reiten. Hubert. Du bist creepy. Ey, du, du bist so creepy, ne? Ohne Scheiß. So, gehen wir erst mal da rein. Wann habe ich denn das eingesammelt? I can only imagine how worried, Seteth must be, but isn't mobilizing the entire Order of Knights a bit excessive? Ich war zu Beginn, um die Begründung zu investigieren, um die Begründung des Todes in der Stadt nach Garedmach. Und ich denke, wie viele mehr Begründungen das Dastard meint, während wir alle beschäftigen, um für Flayne zu suchen. Ich bin sorry, das war insensitiv. Wir sind alle unter viel Stress gerade jetzt. Es ist wichtig, dass wir sie schnell finden. Ja. Ich muss sie mir angreifen, dass Flayne nur... Oh, Aloisi. Ich muss sie mir angreifen. Dankeschön, Professor. Spricht mit dem Auftraggeber. Ah, haha, okay, das... Er war das? Er war das mit dem, äh... Gehen wir mal da hin und dann versuchen wir uns irgendwie so wohin zu schummeln. Ach, der Junge war das. Ich dachte jetzt irgendwen an wen anders, ganz ehrlich. Ist ja nicht ein bisschen zu jung für dich. Mein ja nur. Dorothea. Mit Dorothea müssen wir auf jeden Fall ein Geschenk machen. Hey, Professor, have you seen Manuela? I saw her running off somewhere in a terrible hurry. I wonder if it has anything to do with Flaynes' Disappearance. Do you know, Professor? Oh, yes. Didn't you know? She was the senior Diva in our Opera Company. Das war so klar. Das war doch so klar. Lippenstift, jemand der Frauen beeindrucken will. Entweder Ferdinand oder Silvian. Jemand den Putzen schwerfällt. Ferdinand oder Silvian. Must have admittance. One person has been catching my eye. Shamir is a knight not like other knights. Her movements are being reminders of... No. They remind me of Warriors of Brigitte. Before she was here, what was she getting up to? This is not belonging... This is... This is... Training has given me great busyness right now. It is... But... Hmm? Tsk. Reiten. Do you really think Flayne was kidnapped? Du bist ja auch sehr gläubig. Guck mal, ich hab doch bestimmt... Du magst ja bestimmt dieselbe Halskette. Verdammt. Did you? Did you? Did you? Did you? I've only ever spoken to Flayne a handful of times. She always seems so naive about the ways of the world. I'm worried about her. What makes you say that? Ha, ha, ha. This is hard for the time for teasing, you know. Ach, come. Stell dich nicht so... Thank you so much, Professor. Hätte doch sein können. Meine Güte. So, mit ihr muss ich reden. Wo finde ich sie denn da? Oh, die guckt jetzt aber böse. Ach, komm. Ich laufe die ganze Zeit hier in so einem Maid-Kostüm herum. Oh, super. Silvion und Ferdinand sind beide im Dings. Ferdinand, du stehst doch so auf Mädels. Ich frag ja nur, ob der Lippenstift dir gehört. Ihr seid doch hier die zwei, die dauernd die Leute anbaggern. Seine Motivation hat sich gebessert. Er ist jetzt voll motiviert. Ich suche Lorenz. Der Jute Lorenz, wo steckt der denn? Da war der, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass er der Adlige ist, der Grund und Boden besitzt. Ich will auch nicht, dass du in meine Klasse kommst. Okay, dann vielleicht doch nicht. Das noch der Upper. Ich will den Lorenz auch nicht in meiner Klasse haben. Annette, magst du Süßigkeiten? Bestimmt. So, magst du Süßigkeiten. Dann halt mich. Ach ja, ich soll dir ja noch den Tee geben. Stimmt. Geschenk geben. Gelassenheitskräuter. Muss ich so mit dem Tee trinken? Hier gibt es zwei Studenten Kräuter. Das war's, nehm ich. So. Wo sind jetzt der andere, Dude? Ach, da hinten in der Eck. Professor? Was ist es? Ist es etwas, was es? Ich verstehe. So, Flayne ist weg. Ich werde das, was ich kann, um die Suche zu unterstützen. Hm? Es scheint, dass du ein bisschen auszupackst von mir bist. Kann ich mich fragen? Ich weiß, ich weiß, was ich nicht wiederholfen kann. Ich bin weg von dem Monastery für ein paar Jahre. Aber nicht vergessen. Ich habe mehr als vier Jahre gearbeitet. Hier hier in der Kerrig-Marke Monastery. Aber es war nicht vorhin, dass ich habe gelernt, dass Setteth ein ein Schuße hat. Es ist nur natürlich, zu beherrschung, nicht? Ich glaube, es gibt nichts mehr zu tun. Es gibt nichts mehr als das. Was du aber auch wissen wolltest. So, das haben wir... Das heißt, wir sind jetzt hier unten fertig. Dann können wir jetzt zum Doom. Ich möchte ganz gerne hier kurz... Guck mal, Kastentante. Ich soll einen Brief an meinen Bruder schreiben, aber mir fällt nichts ein. Und außerdem ist das so schrecklich müßig. Zehn von deinen Freunden? Ich kann einfach nicht gut putzen. Ich strenge mich zwar wirklich an, aber bevor ich mich versehe, herrscht wieder ein heilloses... Ah, okay. Okay, dann mag es halt nicht hier putzi putzi machen. Das interessiert dich jetzt so krass. Einführung ins Putzen hätte ich ganz gerne. Ich hätte dir aber auch noch die Silberhalskette gegeben. Eine, die sehr streng gläubig ist. 2.500 Uhr, yeah! Juhu! Damit ist die Dame durch. Mit der Welt. Ähm... Das Lanze plus 1, Axt plus 1 und Bogen plus 1. Ich überlege gerade... Erfahrungspunkt ist halt immer gut. Das ist halt nur Faust und Bogen. Stärke, Autorität. Ich glaube, das mache ich als nächstes. Den heiligen... Tisho. Ähm... Den Geschick und göttlicher Puls ist, glaube ich, ganz gut. Das ist eine Erfahrung, obwohl das auch ganz gut ist. Vielleicht haben wir Glück und wir machen so viel Reputation, dass wir... Alle 4 machen können. Ich weiß es nicht, aber... Ein Versuch wäre es wert. So, hier habe ich alle, ne? Ach ja, die Dame. Ah, vielleicht hier Dingsbum ins Kirchen, genau. Unsere, unsere Madame Butterfly mit den grünen Haaren. Vielleicht möchte sie ja diese, diese Dings haben. Ah, verlorenes Item. Okay, irgendwie hätte ich jetzt schon was anderes geben. Ich hätte hier noch die Silber... Dings... Wappen des Dairus gehört von Mitteln einer streng gläubigen Person. Hätte ich Marianne getippt? Aber okay. Dann gehen wir mal zu Ash. Wir kommen den Kreis näher. Wo ist er denn? Da hinten. Ich habe gehört, dass etwas wie das letztes Jahr auch passiert. Mhm. Kann ich dir noch was anbieten? Du bist ein komischer Dude. Ich weiß nicht, wie ich dich ein... Dings in so... Aber ich muss dir die Stärkungskrater geben. Ha! Quest geschafft. Dankeschön. Sammler wertvoll... Das habe ich doch schon mal... Paarmal gemacht. Gehen wir mal da hin. Vielleicht mag sie ja jetzt die Zügigkeit machen, wenn ich sie finde. Hey, komm, was kannst du nicht sagen? Bitte, bitte. Bitte, bitte. Gerald und was war's denn? Uh. Doch, erstmal da lang. Hey, Bobby. Hey, Bobby. Ich muss ja im Reiten besser werden. Oder? Petra wollte reiten und Behändigkeit. Prending. Prending. Das ist ja noch streng, glaube ich. Wo muss ich denn hin? Geh mal da hin. Hier geht es so... Ja. Hiermit endet der Monat und die Handlung schreitet voran. Was? Also nur mit der hier, okay. Gucken wir uns noch die Unterstützung an. Dein Schlafzimmer? Ja, das ist ja noch nicht so, dass ich mich nicht nervös bin. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte. Wenn du mit mir hier in dieser Runde bist, bist du nicht mit dem Archbishop, aber mit Rhea. Das ist nur ich. Was ist ein schönes Kind, du bist. Meine Entschuldigung, ich sollte dich nicht wie ein Kind behandeln. Als Gerald's Kind, du bist irgendwie nicht alle ein Strangler zu mir. Speaking of Gerald, kann ich fragen, ob er mich mit dir gesprochen hat? Oh, mein Lieber, wie heartless of him. Oh, mein Lieber. In any case, let's endeavor to become closer from here on out. Since you are here, shall I tell you about the Gerald's that I knew? By the look of it, you haven't heard much about his time at the monastery, have you? When I first met Gerald, he was quite young. Why, he could not even grow a full beard at that point. On one fateful occasion, the band of mercenaries he belonged to fought alongside the Knights of Seros. I was traveling with the Knights of the time, and Gerald jumped in front of an attack meant for me. He was gravely wounded, on the verge of death. I tended to his wounds in a desperate attempt to save his life. Thankfully, my efforts were not in vain. Gerald managed to escape a seemingly certain death. I made arrangements for him to receive further care at Garak Malk. The moment he was deemed fully recovered, I invited him to join the Knights. Plotfist, das ist unsere Mutter, oder was? Vielleicht bist du so meine Mutti? And also... Never mind. It is nothing. I simply wanted to say that I trust you. By coming to visit with me today, you have... Well... Suffice it to say that my day is brighter than it otherwise would have been. I thank you for that. Didoo, hey. Oh, I'm sorry. I hope I'm not bothering you. Looks like you're pretty deep in thought. Does it? I just wanted to stop by and ask. It was your turn to cook last night, yeah? Uh. Yes. Well, it was great. I was wondering if you could give me some tips. You know, teach me how to cook. I hear a girl loves a man who can cook. Sylvain. Yeah? You are from Fargus. You must understand how it appears for you to spend time with one from Dusker. To be near me is to invite tedious misunderstanding. Oh, please. I don't care who misunderstands what about me. I talk to who I want. Besides, I believe the Dusker people are innocent. You do. Fargus and Dusker have been friendly since... Heck, forever. So why would our old friends from Dusker just up and assassinate our king? It doesn't make sense. Sure, there are probably folks from Dusker who don't like Fargus. But do I think there's enough of them to mount an attack and slaughter the king and his whole company of elite guards? It is difficult to believe, considering the discrepancy in skill and number. Right? At most, I can see a misguided group of people from Dusker conspiring with someone else who had plans to dethrone the king. Maybe they were even lured into participating and used as scapegoats. Regardless, it doesn't concern you or the rest of your people. A person can't be judged by the worst of their kind. Or where would any of us be? Besides, people like to talk about me anyway. So, let them talk. Okay, you're making a weird face. What did I say? I have misjudged you. I was under the impression you only cared about women. Well, I'm glad I've cleared up that misunderstanding. But really, there's no way I'm the only person who figured all that out. There must be people who think like me and Fertiad, including His Highness. Agreed. But whatever the truth, we are still perceived as traitorous assassins. Once a misunderstanding takes hold, it isn't easy to clear the air. Not without solid evidence of the truth. But even if we found evidence that your people are innocent, those negative sentiments wouldn't disappear overnight. The only thing that can change that is time and effort. Depressing, isn't it? Time and effort. Yes. I believe you're right. Man, that got serious. Shouldn't we lighten things up with a nice cooking lesson? Very well. Aww. Very well. Mensch, Ingrid. Was ist los mit dir? Wieso wollen die immer so viel trocken? Ich gehe vorher noch meinen Papi besuchen. Ich will doch noch mal ein paar Reitstunden nehmen, ehrlich gesagt. Außerdem habe ich da noch zwei, die ich gar nicht erfüllt habe. Lol. Ich gehe jetzt weg. To. So. Ich hätte da sein können. Ich wollte eigentlich das Blaue. Oh mein Gott, das ist Annette, das ist 40. Oh mein Gott! Dankeschön. Ja, 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 Fortbildung habe ich aber schon gemacht, schade. Ah, du bist so ein gläubiger Typ. Okay. Ah, dann kann ich wahrscheinlich die Fortbildung bei Papi auch nicht machen, ne? Verdammt. Was wollen wir mit den restlicher Zeit noch machen? Also, wir haben ja noch, äh... Wer könnte Schwert machen? Kann Kasprin Schwert? Bevor wir jetzt uns die ganzen Unterstützungssachen angucken. Was? Was würde, was würde, was macht, was macht? Was würde, was macht, was macht? Ich sehe... So, hier müssen wir hin. Aber ich will mir jetzt mit der Unterstützung noch alles angucken. Sorry, aber ich finde das wichtig und ich finde das auch gut, dass es sowas gibt. Und deshalb gucken wir uns das jetzt auch an. Hmm, diese Tent ist tot. Kannst du das bitte first fixieren, Ash? Absolut. Sorry. Ich sollte wahrscheinlich auch das auch machen. Aber wir wären hier bis zum Sonntag, wenn ich... Kein Problem überhaupt. Ich habe viel Arbeit mit Sachen wie diese Sachen. Ich bin froh, wie ich kann. Oh. Well, danke. In Wahrheit. Ich versuche dir etwas, um den Job zu machen. Du magst schütte Sachen, richtig? Ah, naja. Ja. Sorry, nein. Ich kann nicht sagen, dass du das machst. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe dir gesagt, es gibt keine Chance, wie das zu tun. Ich kann nicht jemanden aus der Royal Family machen, um mich zu machen. Es fühlt sich nicht richtig. Ich habe wirklich nicht gehalten. Also, du musst dir nicht über das worrychen. Und während ich bin candid, ich würde es lieber, wenn du nicht so formuliert bist. Wir sollten wir allies sein. Wir sind zusammengekehrt. Wir sind zusammengekehrt, haben wir? Ich weiß. Aber für Commoners wie ich, du bist eine Royalty. Wir sind normalerweise nur auf die Leute, wie du, oder zweitens in ihrer ganzen Leben. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Wenn ich aufsend den Throne, vielleicht sollte ich eine Tour von jeder Stadt machen. Was? Nein, das ist nicht das, was ich meine. Ich bin auf eine Verlust. Ich wünsche mir Dinge besser machen, aber ich sehe, dass ich dich immer mehr und mehr schütze. Das ist sicherlich nicht meine Intention. Vielleicht sollte ich dich sein und um unsere Shoppen zu machen. Genau, Ash. Es reicht. Ich habe eine Frage. Answer me this. Ich esse nicht normalerweise schütze. Also, was würdest du dir empfehlen? Oh, naja. Wenn Preis nicht für dich nicht ein Problem, dann sollte du für die Sugarcandy gehen. Die, die in der Stadt machen, sind wirklich lecker. Ah, 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 your highness, please, you mustn't. Got it. Sugarcandy, it is. I'll go and fetch some. Your highness, please come back. I'm so sorry. I'll make sure these repairs get done. Haha, ausgetrickst. Ausgetrickst. Eiskalt ausgetrickst. Felix und Mercy. Here you go, Felix. Have some tea. Oh. Hmm. Sorry, but we're all out of cakes. Should I bake some more? Please, don't. Oh, your clothes are so dirty. Let me wash them for you. Mercedes, what's wrong with you? What's wrong with you? There's nothing wrong with me. I'm just making tea. Is there something wrong with that? You're not my mother. You don't have to bother with all this. I can do without it. I'm so sorry. I didn't mean to be rude. You just remind me so much of my little brother. I do? Yes. His name is Emil. We have different fathers, but we grew up in the same household. That is, until I was about eight or nine years old. I haven't seen him since then. Sorry to state the obvious, but I'm not your brother. I'm not Emil. Can't you find someone else to bother? Oh, I'm so sorry. I'll leave you alone. Please help yourself to more tea if you'd like. I can leave the pot. Goodbye. Ich hätte jetzt eher gedacht, Mercedes steht auf ihn. Hallo, Ingrid. Can I just a teeny tiny moment of your time have? Sure. I can spare a moment or two. I was wondering. Do you have any interest in fashion and makeup and stuff like that? I haven't the time to bother with such frivolities. As long as basic hygiene is being met, then I'm happy. Oh, but you're missing out on something so fun. I mean, it's not like you needed, of course. You've got beautiful bone structure, lovely hair, long legs, but weren't you interested in trying something new? Um, well, thank you. I suppose I do find it all somewhat intriguing. But my time is precious to me, and my focus is on nighthood. Taking time to paint my face simply isn't a top priority. Sure, but imagine if you could combine the two and become the most fabulous night ever. Okay, maybe I'm taking it too far. I know nights don't necessarily need a ton of makeup or things like that for the job. I'm just saying, I really think you'd enjoy it if you opened your mind to it. All I'm talking about is a light touch. I can see it now. Your gorgeous face done up with a delicate application of makeup. The fabulous night who everyone looks up to and wants to be. Um, well, maybe? I guess. That does sound mostly harmless. Hooray! Okay, we don't have a moment to lose. Here, take this makeup kit, play around with the colors, and see what speaks to you. Now, wait just to... I actually got that little kit as a gift the other day. And I wasn't sure what to do with it, because I already have that one. It's a limited palette, but I think it fits the look you're going for perfectly. I actually never agreed to start putting that stuff on my face and that. What? Oh. Well then, I guess this whole kit will have to go to waste. I'll just throw it away like the garbage it is. You're throwing it away? I can't just stand by and let something go to waste. Okay. Alright. Thank you. You can do this. You can do this. Oh. And I'm happy to help you learn to apply it too. Come on, let's go to my room. I have some brush techniques to show you before you get started. Now, don't get carried away. Ugh. She plays me like a fiddle. Yeah, Annette, die ist keine kleine, dumme. Die kann das schon. Ah. Mit dem will er gar nix? Okay. Okay. Ah. Ich würde ganz gerne... Wo war Annette? Und Ingrid? Da ist auf jeden Fall Petra. Wir sind ja aufgestiegen. Im Reiten. Vielleicht mag sie jetzt mit uns reden. Ich habe sie schon gefragt. Okay. Dann geht das nicht. Wo ist sie? Wo war der Ingrid nochmal? Da. Oh. 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 Nein. Okay. Ich habe es ja begriffen. Du findest das geil, ungeil. So, wir hatten jetzt Ingrid eben gerade, ne? Dann gehen wir hier mit Dimitri weiter und machen... Annette hat nur eben gerade. Felix hat nur auch. Dann nehmen wir jetzt den hier. Ich hätte besser die Training-Granse. Ich versuche, seine Herrin ist nie schlau. Du bist so weit, Sylvain. Ist es sicher, dass du dich schrecklich mit Frauen bist? Ich bin Angst, dass dieses Verhalten einfach nicht wird. Ah, seine Herrin ist. Hallo. Nein, ich war nicht schrecklich mit Frauen. Es war nur derjenige. Wir haben nur derjenige. Wir vergessen, dass du mich gesehen hast. Entstanden? Unfortunately, ich kann das nicht tun. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Du bist sehr. Es ist so, dass du dich nicht genießen kannst. Aber du musst lernen, oh mein Gott. Du musst lernen, die Art der Moderation. Du wiederholst aufsend. Du wiederholst auf den Straßen zu gehen. Du wiederholst auf die Straße, bis morgen früh früh früh. Okay, ich verstehe. Ich brauche nicht nur ein paar deiner Duft. Ich habe sie alle ausgemacht. Ich habe sie alle ausgemerkt. Ich werde sie selbst in der Zukunft. Ich werde ich in Zukunft besser sein. Ich werde mich stärker vor. Ich werde mich auf und wie ein Tag. Und zurück, du gehst mit mir in die Stadt. Und wir werden ein paar kleine Mädchen zum Essen. Wir machen es nicht? Die Art, wie dein Geist funktioniert, absolut schaffst du mich! Wie hast du sogar noch so gewonnen? Du musst mehr rausgehen. Naive und uptight ist kein Weg zu leben. Naive und uptight? Ja, Mo. Ja, Mo. Im Vergleich zu dir, ich denke, ich bin auf der Bühne. Ich bin nicht so sicher. Most men are experienced enough to know not to give a dagger to the girl thing. Will you never let that rest? It was many years ago. Your knock on the head will help you to finally forget about it. With your brute strength, a knock on the head could knock the life right out of me. You better watch that temper, your highness. So how about this? I'll try to behave, and you'll try to loosen up. If I do as you wish, will you truly promise to improve your behavior? What did I just say? Of course I'll behave. A night of Fargus never goes back on his word. What about you? I want to see you with a girl on your arm. I am a man of my word. I will attempt to do as you ask. You would better uphold your end of the bargain as well. Seriously? Yeah. I'll believe it when he introduces me to the lucky girl. Oh, Dimitri. You always take even the silly things so very seriously. This should be fun. Oh my god. Oh my god. Echt jetzt? Ach komm, Dimitri. Als ob. Was ist los mit dir? Felix, there you are. I've been looking all over for you. Time for our tactics lecture. You'll be there, won't you? Those things are such a waste of time. Nonsense. You're going to be there. Must I? Yep. Why is this such a chore? You went last time. Though you did all you could to disrupt things, as I recall. Brazenly rambling on about clear cutting a nearby force to secure a marching route. And attacking an enemy base, stealing their horses. You were incredibly disruptive, and even rude. I was offering my honest opinion. Then, you left before we were finished. What do you suppose happened after that? I have no idea. Wow. The conversation got quite lively. We all began breaking down the viability of your somewhat maniacal plan. And apparently, similar tactics have been used to turn the tides of historic battles. That may be an exaggeration. Successful armies must be able to handle unexpected situations. That starts with weapon mastery and creative tactics. If you didn't have so much battlefield experience, you wouldn't be capable of such unique strategies. Which is why we need people like you. People who think creatively to lead the army. You're just massaging my ego. When have you ever minded? We need you there. Just come on. You're not meant Felix, no? Hmm. 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 I'm going to be a proud knight. Virtuous and gallant. Virtuous and gallant? Are you kidding me? If you just ride around being virtuous, people will get fed up. They'll boot you out of town. It's never wrong to have virtue. Not even if it means being made an outcast. Interesting idea. You think very highly of this whole virtue thing. Say, have there been any knights who became great just by thinking highly of themselves? Think on this. Knights are supposed to protect people and earn their admiration. Isn't that right? Well, yes. So what are you saying I should do? Seize people's hearts! What do you mean? You want people to love you? Offer them something they haven't got. Guess what that is? It's you, Ash. They don't have you. Get out there, buddy. Be valiant. Help people. Here. I'll show you how it works. I'll show you how it works. Sylvain. Don't go bothering people. Hey there, cutie. You seem to have lots of bags there. They must be heavy. My name is Sylvain. Let me help you out. Are these going in the warehouse? Helping out those in need? I guess that's a good start. No thanks necessary. It's been enough just to be able to talk to you. Well, if you insist. How about we go get some tea? It must be fate that we met like this. Oh my god. Oh my god. Diese Baggerei von dem. Ist ja schrecklich. So, jetzt haben wir noch Annette, ne? Ach, mach mal den. Good morning, your highness. Getting in some early training, huh? Oh. It's not too terribly early. And what about you? Oh, I'm just going for my morning walk. Hey, maybe you'd like to join me. It's a great way to start the day. Morning walk? Hm. Funny. Gustav always kept the same habit. You really do remind me of your father, Annette. I hear that a lot. Father was always busy with work, so he wasn't around much. But when he was home, he'd often take me with him for his walks. Annette, something's been weighing on me. Something I've done terribly wrong. Your father. He worked tirelessly. I don't know if I ever saw him take a rest. I feel as though, in a way, we stole him from you. I'll admit, it was a bit lonely growing up. But I understand. Father loved his work. No one ever doubted that. Actually, I've been thinking recently that I'd like to talk to you more, your highness. Oh? Any reason in particular? Father was a man of few words, both with myself and my mother. Sometimes, he would tell me about you. So, you don't really feel like a stranger to me. In a way, it's like I've known you for a long time. Almost as though you're my big brother. Your big brother? Oh, uh, I'm so sorry. I don't know why I let that slip out. That was rude of me. No, nonsense. I promise you, I don't mind at all. It's certain that my days would've been filled with more fun if I'd had a little sister like you. What kind of things did Gustav tell you about me? I'd love to hear more on this topic. Do you really want to know? Well, for one, he used to tell his story about when you were a child and... You know what? Never mind. I have a bad feeling about me. So... How do you want me to know? And don't mention it to anyone. Jetzt will ich die Geschichte auch wissen. Mensch! Ihr seid ein paar langweiler. Also ich weiß, dass mit der Unterstützung kann sehr, sehr, sehr langweilig und nervig sein. ich finde es aber wichtig ehrlich gesagt ich finde es aber ehrlich gesagt sehr 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 wichtig hat er noch platz sind jetzt hier auch ich hab die gar nicht okay ich finde es mit den unterstützungs singen aber halt sehr wichtig also der hat mit ingrid weil es ist ja auch für die kämpfe wichtig und interessant ich redet nicht mit ihm schon mal Nein, nicht zu lange. Entschuldigung für dich beeinflusst. Es muss ein tolles Buch sein, dass du dich so tief entgegenzelt bist. Was hat dich so captiviert? Oh, uh, es ist ein ziemlich altes Buch. Eine der wirklich alten Legenden von Fargus. Aha! Es muss die Sword von Kaifon dann sein, ja? Oh, also du ihn kennst. Oh, ja. Ich kenn ihn ziemlich gut. Ich habe ihn oft als Kind. In fact, ich habe ihn so viel, dass meine persönliche Kopie verletzt. Ich habe ihn überall mit mir gebracht. Ich liebe diesen Buch. Die Geschichte des Krieges Kaifon. Seine Worte und Leidenschaft hat seinen besten Freund, Luke, zu sein König. Er hat eine große Höhe, um zu sehen. Genau. Ich liebe das Bild von ihm, nach vorne in der Freie, bereit zu nehmen, auf jeden Fall in seinem König zu nehmen. Wahrscheinlich. Er war das sehr Bild der perfekte Nacht. In meiner Meinung nach, der beste Kapitel ist genau in der Mitte des Buches. Was ist denn so? Was ist denn so? Was ist denn so? Was ist eigentlich immer noch? Du kannst du die ganze Zeit erzählen, wenn du möchtest. Ich werde niemals überraschend von dieser Geschichte. Die Pinnacle des Nachtshauses, mit all seinen Struggeln und Glorien. Ich weiß nur was du bedeutet. Ich werde niemals überraschend davon. Einige Leute lachen mich für diese alten Geschichte. Aber ich werde sie niemals überraschend. Ich bin froh, dass ich jemanden, der mit meinem Enthusiasmus hat. Ich bin froh, dass es auch so gut ist. Sag mal, welche anderen Bücher du möchtest, Ash? Ich bin froh, dass ich das erste Mal gelesen habe, war Lug und die Maiden des Wind. Du hast fantastische Geschmack. Diese Geschichte ist ein anderes Favorit. Das letzte Kapitel macht mich jedes Mal schreien. Ich weiß, als ich das erste Mal gelesen habe, konnte ich das Ending aus meiner Kopf bekommen. Es scheint, dass wir viel in der Gemeinde haben. Ich freue mich, dass wir wieder zu sprechen. Ich würde gerne zu sprechen. Ja, lasst uns. Sommershed, wie geht's euch denn so? Mir gefallen euch denn hier diese Unterstützungsklein, diese kleinen süßen Unterstützungsszenen. Schon wieder Ingrid. Gehen wir mal zu dem. Der hat mit Felix was am Laufen. Hallo, Felix. Ich sehe, dass du hier auch hier trainierst. Geh weg. Nur auf deine Gesichter macht mich zu schreien. Mit deinem Sprache, du wirst mehr als dein Bruder jeden Tag. Schau mal. Und verhörst dich auf deine Hausten. Du bist nicht für mich. Ich kann mich nicht verstehen, warum du mich so interessierst. Denn ich weiß, was du wirklich bist. Ein Bruder, mit dem Blut. Ein Bruder, mit dem Blut. Ich glaube, du sprachst du vor zwei Jahren. Das letzte Mal, als wir uns in der Akademie treffen. Ich bin. Ich bin. Das neue Schaffst, wie du diese Rebellion gesperrt hast. Du war eine Ehreinheit, nichts zu vermischen. Du liebst immer jeder Moment. Ich erinnere mich die Art, wie du deine Verwanderungen liefst. Wie du sie verletzt wirst. Und dein Gesicht. Das Entschuldigung. Der Schott des Weltes hat alles in die Welt. Das war unsere erste Kampf. Ich erinnere mich sehr. Hm. Boah. Was meinst du mit einer kleinen Zündere? Also ich weiß nicht, mit Ingrid kann ich mich auch noch nicht so anfreunden. Ich weiß auch nicht, warum. Ich mag Mercedes ganz gerne und Petra. Petra finde ich toll. Oh Gott. Die haben auch noch. Petra und Dorothea finde ich gut. Petra, wie geht's dir? Oh, ich hasse das nicht. Ich bin aufgeregt. Jeder zeigt eine große Liebe. Ich bin froh, dass ich es höre. Ich war so überraschend, wenn du erst gekommen bist. Eine Prinzessin, all die weg von Brigid. Du hast meine Gratitude. Aber bitte nicht nennen mich Prinzessin. Du hast meine Zündere bluschen. Es gibt nichts, was zu bluschen. Du bist jedes kleine Mädchen's Traum, was eine Prinzessin sollte sein. Ich bin froh, ich glaube, es ist eine lange Zeit, seit du zurückgegangen bist, nicht wahr? Ich hoffe, dass du nicht in der Familie bist. Vielleicht können wir eine von deinen Lieblings-Türen von nach Hause machen. Ich wünsche mir das. Aber es gibt keine Möglichkeit. Die Ingedienste sind nicht hier gefunden. Ich glaube, du bist richtig. Das ist wahrscheinlich, warum sie nicht die Brüge von Brigid in der Dining Hallen sind. Ich bin sorry. Ich bin froh, wie schwer es sein muss, um irgendwo so weit weg von Hause zu leben. Und... Nein, das kann nicht sein, dass es unmöglich ist. Ich versuche dir eine wirkliche Brüge von Brigid. Ich finde einfach eine Rezepte und andere Ingenieignisse. Sprech, Dorothea. Es ist die Gedanken, die beteiligt. Aber deine Zündung ist... Was ist die Worte? Horrende. Das ist alles, was alle sagen, in Ordnung. Horrende? Ich bin froh, dass es nicht so schlecht ist. Die Gedanken ist genug für mich. Du hast meine größte Gratitude. Okay, ich mache etwas, in Ordnung, für dich. Ich möchte nur sicher, dass du hier fühlst, bist du bei Hause. Wie geht es ein Massage? Das kann dir helfen, dass du dich entspannst. Ich habe keine Probleme. Mein Körper ist bereits bereit, um zu relaxieren. Oh? Dann vielleicht kann ich dir lullabies singen, um zu dir zu schlafen. Ich habe keine Probleme zu schlafen. Just know that you never have to worry about putting me out. I like helping my friends. Well then, I must be going, but remember my offer. Dorothea, you're filling my heart full. Okay, also, ich muss sagen, was ich gut finde bis jetzt. Also, ich möchte ganz gerne so ein kleines Gesummi ziehen. Also, was ich gut finde, ich mag die Grafik von dem Spiel. Ich mag die Tatsache, dass man drei Häuser hat und dass man sich so ein bisschen entscheiden kann. Und jedes Haus hat ja so seine eigene kleine Geschichte. Und die von dem Gelben finde ich so, kenne ich so ein bisschen knapp. Also, so eher grob eigentlich fast gar nicht. Dann müsste ich mir das Let's Play nochmal anschauen. Ich finde das auch mit diesen kleinen Unterstützungssachen hier eigentlich voll toll. Ne, dass man da so ein bisschen gucken kann. Dass man so die Leute ein bisschen kennenlernt. Und was ich schade finde, ist die Tatsache, dass man, ähm... Moment, das sage ich gleich. Sorry, Sylvain, but I'm trying to think right now. Could you keep quiet for a bit? How can you stay focused, reading a book that thick? With such small print? Is some of that text upside down? If I use the formula in this line here, the magical energy should... No, that's not right. You're even cuter, when you're working through a difficult problem. Sylvain, I'm serious. Please be quiet. Hang on, look at the third line. You got the formula wrong. I said be... Oh, you're right. How did you know that? Well, I mean, it's written right there. And most people wouldn't be able to grasp this formula just by glancing at it. Have you read this book before? Nope, this is the first time. Okay, now that I look at it... Wow, this book makes things way more complicated than they need to be. Hmm. And what's your take on this part here? It's just describing another application for the same formula. Huh, this is pretty easy. You know, you're actually kind of amazing. I've been studying magic for a while now, but even I have trouble with this stuff. You act like all you do is mess around, but are you actually working really hard in secret? Nah, hanging out with girls is way more fun. I guess I just pick this stuff up somewhere. Life is short, Annette. If you waste it working hard, it'll be over before you know it. Get out in the world. Have some fun. That's easy for you to say. You're strong and smart without even trying. It's not fair. Ugh. Oh, I'm sorry. I didn't mean to be rude. No, I was just thinking you're pretty cute when you're sulking. You know that? What is wrong with you? Hey, I just got lucky with that stuff in the book. I'd normally never be able to outsmart you. Anyway, I'm gonna get out of here and leave you to it. I'm not so sure about that. Well, that's okay. I think it's funny, but I won't accept the second place. That's not going to be. I can do this. I'm gonna finish this whole book before sundown. Ne, was mir jetzt nicht so gut gefällt an diesem Spiel ist die Tatsache. Ich finde es ein bisschen schade, dass man sich so anstrengen muss, um hier die anderen Leute hinzukriegen, ne? Ich verstehe, wenn die sagen, okay, wenn du Petra haben willst, musst du halt das und das Level in Behändigkeit und Reiten erreichen. Aber die geben ja überhaupt gar keine Chance, beziehungsweise die sagen ja auch gar nicht, was ich tun muss, welches Level ich da überhaupt haben muss, damit ich Petra zu mir in die Klasse holen kann. Und das finde ich ein bisschen schade, dass die das so unglaublich gefühlt so unglaublich schwierig gemacht haben. Weil ich habe das Gefühl, dass ich überhaupt, dass ich es nicht schaffen werde, bis Ende des Streams, Let's Plays, dass ich es nicht schaffen werde, einfach mal Petra und Dorothea zu mir zu holen. Und das wäre sehr schade. Aber hören wir uns noch das mit Ingrid an. Vielen Dank. Vielen Dank. Du bist sehr willkommen. Ich bin hier seitdem du angefangen hast. Tschüss. Aber ich bin hier seitdem. Ich habe dich nicht erwartet. Ich bin so in der Training, du weißt. Aber warum bist du hier? Ich kann mich nicht vorstellen, dass es zu sehr interessiert war, mich zu sehen. Ich verabschiede. Ich habe einfach nicht geholfen, aber ich admiere deine Training-Technik. Ich muss sagen, du bist sehr beeindruckend. Ich bin nicht so glücklich wie du. Glücklich? Ich würde das nicht sagen, aber danke dir. Wenn ich ehrlich bin, bin ich der, der dich admiere dich. Oh mein Gott. Wie so? Du bist immer so zusammengezogen. Du hältst dich mit so einem Wettbewerb, und hast so ein Kinei für fashion. Ich meine, sogar das Handkerchief, die du mir hast, schmeckt wie... Lavender, ist es? Es ist einfach so schön. Das Perfum ist mein Favorit. Ich bin so glücklich, dass du es möchtest. Selbst das Gefühl, dass du das Perfum auf dein Handkerchief auf deinem Handkerchief ist sehr glücklich für mich. Ich hätte nie das gedacht. Ich bin so glücklich, dass du etwas mit dir vergleichen kannst. Du bist willkommen zu kommen, wenn du möchtest. Wir können Tee und Chat. Wie ist das so? Oh, das so sehr schön. Ja. Wir können Tee und Chat überfühlen. Es ist nicht so gut, aber es klingt so schön. Von jetzt, im Moment werden wir uns aufdrehen, wenn wir aufdrehen. Wir können jetzt gehen, wenn du frei bist. Oh. Du musst dich das Problem kapitzen und wiederholen Dinge für mich. Es ist kein Problem. Du wirst nie wissen, ob du dich dich zum Beispiel aufs Chatzeichen, wenn du nie versucht hast. also wir merken uns mercedes markt lavendel ich habe das gefühl irgendwas vergessen zu haben aber es wird schon wird schon so dann machen wir das jetzt mal ich würde halt wirklich ganz gerne petra zum beispiel so ein bisschen meine gruppe so ein bisschen durchmischen aber ich habe das gefühl wenn ich jetzt immer weiter level dann kriege ich vielleicht doch irgendwann mal petra rein und dann dann ist was weiß ich petra auf level 9 und alle anderen sind dann der will 20 ist dann auch kacke ich weiß gar nicht ob ich lea sophie lea sophie 2 hat ich glaube ich über dings geholt manuela sie ist auch ich habe ich die ist die habe ich bei ja ja komm du sitzt ihr auf deinen gaul da ist es mir egal untersuchen wir den gang oder sollen wir die ritter rufe wir gehen den gang runter klar mit dir als heilerin dann hat jeder auch noch heiltränke packen wir ja komm schon packen wir ich weiß nicht ich bin kein fan von diesem maid outfit oder tut ach flame Guck mal. Flane. Ei. Oh. Alter, du bist gruselig. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Oh, bitte lass es eine Katzchen sein. Bitte, bitte, bitte. Jung, du bist so spooky. Nee, creepy. Und spooky. Du bist alles. Ich will nicht gegen den Kämpfer. Ich habe Angst vor dem. Ich bin noch nicht bereit für Bosskämpfe. Ich weiß gar nicht, ob mein Schwert überhaupt noch voll ist. Muss ich mich nicht ausruhen? Damit das wieder aufgetankt wird. Oh, shit. Wo ist die Karte? Also hinten geht es nicht rein. Okay, okay, okay. Da muss ich hin. Ich habe auch sonst nichts zu tun. Okay. Dann geht es hier rein. Dann geht es hier rein. Dann geht es hier rein. Dann kann ich mich wahrscheinlich hier heilen oder so. Wildverteidigung heilt hier drunter. Dann geht es hier rein. Dann geht es hier rein. Dann muss ich irgendwie einen Schalter umlegen oder so. Ich hätte schon ganz gerne die Truhe. Die finde ich eigentlich ganz geil. Aber da muss ich auch wieder so ein Teleport schnicki schnacki. Wahrscheinlich muss ich hier so rum und dann komme ich erst zum Teleport rein. Ich habe 25 Züge. Ihr tötet mich. Die wollen es aber auch jetzt richtig wissen, ne? Level 18. Wen schicke ich denn da hin? Ich gebe es mir all. Ich und Annette brauche ich auf jeden Fall für Dings. Heilung brauche ich auch hier. Nee, nee, du kommst schon dahin. Das ist schon in Ordnung. Na, wo kommst du raus? Na, da. Du gehst mit. Warten. Nicht mal einen Cheeseball. Level 12. Na, auf die Werte achten, ja. Ich werde mir Mühe geben. Ich werde mir Mühe geben. Yes. Mercedes, du Superschnecke. Der Felix hat aber auch einen Wappen, ne? Ja. Scheiße, die machen gar keinen Schaden. Du gehst mal da rein. Ähm. Du gehst da hin. Du gehst da hin. Ich kann angreifen. Ha! 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 Ja, ja, die machen das schon. Der schießt das Ding gleich ab. Felix kommt jetzt auf Level 14. Und ein Heilmittel. Ich überlege gerade. Ist Level 9, wo ist Level 14? Okay, das geht. Ein Türschlüssel. Kann ich dich? Das bringt gar nichts. Ich muss die da wegziehen. Scheiß auf die Truhe, würde ich mal sagen. Ich weiß, ich habe nur 25 Runden. Das ist nicht viel. Moment. Was ist das für ein Ding? Gelände. Die Ausweich wird verstärkt. Aha. Dann kommst du da hin, weil dann hast du nämlich Chance auszuweichen. Du gehst da hin, dann kannst du nämlich ausweichen. Annette, komm mal weiter nach vorne. Du kommst weiter nach vorne. Du natürlich auch. Heil ihn mal ein bisschen. Hey, Torix. Ich habe einen mit Angst, aber der Typ mit der Axt ist leider weiter weg. Der Typ mit der Axt ist leider woanders. Ach, scheiß drauf. Wieso ist Anna immer noch bei mir? Ich verstehe das nicht. Wow. Hey, hey. Ich habe dich auf ein Feld gesetzt, wo du ausweichen kannst, mein Freund. Der Typ mit der Axt ist leider da vorne. Sieht übel aus. Wieso? Wir haben nur jetzt ihre Angriffe gemacht. Sie kommt nämlich jetzt gleich dahin, macht Unterstützung. Und heilt den erstmal schön durch. Yay. Wie viele Dudes habe ich hier? Wie viele Dudes habe ich hier? Kampftechnik. Ach, shit. Der ist vorbei. Da ist er vorbei. Kann ich dich angreifen? Kannst du nur den da angreifen? Ist egal. Das tut's auch. Weil der eine greift ja nur einmal an und dann geht das auf. Wie, das kann ich so? Ist halt kacke, dass die Gänge halt immer so ekelhaft dünn sind. So, und die Dudes hat... Ja, komm. Spalter. Mua! Easy! Türschlüssel erhalten. So, gehst du jetzt mal nach vorne. Setzt euch jetzt erstmal alle auf Felder, wo ihr ausweichen könnt. Oh, okay. Und so noch viel Täter. Halt die mal durch. So. Ich hab nur 25 Züge. Das macht mir viel mehr zu schaffen. Bin ich ganz ehrlich. Ich seh grad gar nix. Kann ich den angreifen? Weisch aus! Weisch aus! Uschi. Na gut. Geh, du. Kümmer dich mal um den. Jetzt ist der nämlich schon mal weg. Alter Verwalter, ich kann da jetzt nicht ein oder was? Das ist doch Tür. So, wen möchtest du angreifen? Die? Mal gut. Dann greif ich den an. Dann ist der nämlich auch schon mal down. Wozu brauche ich die nochmal? Ich muss ja da lang, ne? Ich muss ja da lang, ne? Ist egal. Sollen die kommen? Unterstützen. Ich möchte ganz gern, dass er geheilt wird. Weil er sich schlecht heilen kann. Ach, Mensch. Jetzt kann ich Ingrid gar nicht bewegen. Also, beziehungsweise, ich kann die schon bewegen, aber die ist so hinten. Wasch aus! Kein Schaden! Ja. Mua. Beste. Ich möchte, dass du dahin gehst. Er geht dahin. Ja. Dann werden die jetzt nämlich nicht von hinten angegriffen. Und Ingrid hat auch noch eine Chance, ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Klar, ist jetzt blöd wegen der Truhe, aber ich will jetzt kein Risiko eingehen, ehrlich gesagt. Ich bin gespannt. Und wenn ich jetzt nicht weiß, wo ich noch nicht mehr anf Frontiersdechland habe, kann man doch sagen. Ich habe erst nicht mehr als die Geschichte, die jetzt nochmal zu beruf steht. Möge ich das Kind auf. Schönecke. Ich bin sehr, wie ich mich auf die Hände anstrengen. Und das ist mir das Kind auf. annette muss man nach hinten kommen nein ach verdammt was soll's items du hast ja so viele heilmittel dann kannst du dir noch verwenden jetzt kommt in griff nämlich auch noch an klar die zwei werden auch jetzt angegriffen aber die haben halt die besten chancen und nein kein schaden okay hat ihn aber trotzdem erwischt er kann auch durch die wand der kopf you fought well ja 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 gleich aus yes ja ich hatte auch keine wahl hier du gehst mal nach vorne du gehst mal hier hin ja dass ich die alle da in diesem kleinen raum zwängen erstmal zwängen muss ne ist ja abendartig so wer fehlt noch ach du kannst auch gar nicht abend unsere madame kommt mal hier hin und Ja, sieht doch ganz gut aus. Keine Sorge, die Heilung ist unterwegs. So, ich möchte, dass du mal heilst. Dankeschön. Tatsächlich würde ich... Kann ich gar nicht. Ich muss mit denen weiter nach vorne gehen. Kannst du nehmen, nicht nur. Dann gehst du mit denen sammeln. Keine Ahnung, was das bedeutet. Felix macht den alle. Level gestiegen. Sehr schön. Türschlüsselerhagen. Dann kann... Ja, nämlich jetzt hier... Oh. Die Sturmlanze machen. Und beim nächsten Mal müssen wir Ingrid mal ein bisschen weiter pfuschen. Nee. Das mit dem Schwert, das warten wir ab. Weiß aus! Schieß hinterher! Yes! Echt? Du bist eine geile Sau. Er kann ja doch, wenn er will. Komm, der steht direkt vor dir. Ich gehe dir. Unterstützen. Okay, ist das... Warten. Du kommst hier hin und nimmst ein Heil-Altem. Ich meinte... Shit happens! War doch klar, dass keiner von den Schweinen sich traut, die Scheiße-Tür aufzumachen. Ich möchte, dass du jetzt... Kannst du ihn heilen? Dankeschön. Hm, krieg ich dich hier so nach vorne? Ach, da hinten hielt ich auch noch. Okay. Er greift nicht gegen an. Ich mache dich auf. Ich mache dich auf. das hat der eine da angegriffen wird das ärgert mich aber wir kriegen das hin 15 ist schon eine harte nuss kritisch nein das sind auch den jungen uhr so du erschießt den erst mal ist der nämlich schon mal weg kannst du angreifen oh ja moment wo ist y du machst das auf einmal schaden ist abt auch ist abt auch noch Hallo! Ja, ihr müsst jetzt mal warten. Oh, das ist eine tödlich. Wird er des Todes? Er ist Reiter. Fertigkeiten. Ankl 15, dunkle Siegel. Ah, 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 ah. 44 KP, okay. Aber Überfall, hätte das Chancen? Ich meine, ich mache hier nur einen Überfall. Ja, ich mache hier nur einen Überfall. Nichts. Was? Nur 6? Wehe, du weichst aus, Alter. Wow, 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 wow. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich den nicht gekriegt, also dass ich den nicht runtergeballert kriege. Ich meine, die Hälfte haben wir schon. Oh, Crit. Der Kunta ist hässlich. Ich heile dich mal hoch, weil du nämlich jetzt als nächstes angreifst. Was? Der Crit ist auch noch. Was? Ich heile dich mal hoch, weil du bist. Na gut, wir haben zwei verloren. Ist in Ordnung. Ich heile dich mal hoch. Halt, du hast ein bisschen zu viel Spaß gemacht. Du bist in der Weg von meinem Spiel. Was? Ich habe den besiegt? Ich bin froh. Ich bin froh, dass wir das nicht so eingestellt haben, dass wenn die Leute sterben, dass sie denn wirklich tot sind. Sonst hätten wir nämlich echt bald keine Schüler mehr. Woher gehen sie? Es ist egal. Wir müssen diese zwei rauskommen. Bring sie hin. Ich hätte noch 90 gehabt. Ich muss mich unbedingt mal ausrufen. Dank der Anstrengung von Maika verbessert sich die Motivation aller Verbündeten. Gut. Ich sage dann auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye, bye. Bis zum nächsten Mal.